Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich ja mit euch über etwas ernsteres sprechen, denn mir ist mal wieder was aufgefallen und ja. Denn ich habe das letzte CC Shopping Video von Simfinity gesehen, wo sie am Anfang und am Ende nochmal auf SimStim aufmerksam gemacht hat. Und first of all, SimStim ist jetzt mittlerweile SimFinds. Und als zweites möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass ihr bitte SimStim nicht mehr benutzt. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich trotzdem SimStim sagen, auch wenn es SimFinds mittlerweile heißt. Es ist mir egal. Ich werde diese Seite meiden komplett von vorne bis hinten und ihr solltet das auch tun. Aber ich möchte euch in diesem Video darstellen, warum. Denn jetzt erstmal denkt man sich so, das ist doch einfach fast dieselbe Seite wie die Sims Resource, nur halt anders. Also es ist halt eine andere Seite, es ist aber komplett gleich aufgebaut, also als ob das jetzt irgendein Problem wäre. Ja, ich habe einige Posts schon mal in der Infobox verlinkt, wo ihr euch selber nochmal informieren könnt, falls ihr mir nicht glauben solltet. Aber ich werde die meisten Informationen auch daraus nehmen. Ich habe jetzt kein Skript oder so, sondern ich habe das schon vor einigen Jahren selber gelesen auf Tumblr und habe seitdem die Seite eigentlich komplett gemieden. Denn schon vor ein paar Jahren kam heraus, dass die Seite sehr viele Creator bestiehlt. Nicht nur Custom Content Creator, sondern auch welche, die einfach nur Häuser bauen oder so und halt diese Trade-Datei dann posten. Und jetzt sagt man, ja, aber eigentlich überall wird ja mal was geklaut, ne. Also das ist ja jetzt erstmal nicht das Ding. Das Problem ist, dass SimStim wirklich fast nur aus geklauten Content besteht. Das ist Punkt Nummer 1, der wirklich beängstigend ist. Und Punkt Nummer 2, wenn die Creator, die das eigentlich erstellt haben, SimStim darauf ansprechen, Reagiert SimStim sehr, sehr, sehr scheiße. SimStim sagt nämlich, oh, das ist doch nichts. Oder sie reagieren einfach gar nicht. Es ist denen scheißegal. Und das sind beides Antworten, die nicht in Ordnung sind. In dem Post, den ich hier gerade offen habe, steht auch, dass die Leute definitiv nicht gesagt haben, dass es in Ordnung für sie wäre, den Content dort zu posten. Und sie haben hier auch nochmal geschrieben, dass sie definitiv gesagt haben, dass SimStim die Sachen bitte runternimmt. Natürlich gibt es auch Creator, die dort von sich aus die Sachen hochladen. Die möchte ich auch gar nicht schämen. Also das sind ja einfach nur die Leute, die sich denken, okay, ich möchte meinen Custom Content irgendwie teilen. Und das ist vielleicht eine Seite, die denen an sich so gefallen hat. Und das ist ja erstmal auch gar nicht das Problem. Wenn man auch nicht Bescheid weiß über diese Probleme, dann kann man die Leute auch nicht schämen, dass sie da Sachen downloaden oder sogar posten. Wenn man aber Bescheid weiß, sollte man auf gar keinen Fall diese Seite unterstützen. Das Problem ist, sie posten ja nicht nur die Sachen von jemand anderem. Sie machen auch noch Geld damit. Dadurch, dass sie Werbung schalten, die übrigens zu einem hohen Teil voller Viren sind, also sehr, 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 sehr gefährlich, Leute. Bitte downloadet da nicht und bitte nicht in Gefahr. Sie machen Geld mit Content von fremden Leuten. Sie bieten ja auch eine VIP-Membership an. Aber das Problem ist, wie ich hier auch schon gelesen habe, das Geld, was sie damit einnehmen, das gelangt noch nicht mal an die Creator. Selbst wenn sie dort die Sachen posten, von sich aus, bekommen sie kein Geld von den Leuten, die für VIP zahlen. Das ist nicht in Ordnung. Wie gesagt, das, was sie durch diese Werbung da einnehmen, ist ja schon komplett scheiße, wenn denen die Sachen gar nicht gehören. Es gibt Fälle, wo tatsächlich drinsteht, dass die Sache ursprünglich irgendwo anders hergenommen wird, aber trotzdem ist das halt nicht in Ordnung, Geld damit zu verdienen. Und nur, weil man sagt, woher es ursprünglich kommt. Und viele Leute schauen ja da auch gar nicht so nach. Die wollen das einfach nur downloaden, weil sie denken, das ist ein cooles CC-Teil. Als ob da sich jeder denkt, oh, erst mal gucken, ob das überhaupt von hier ist. Hohoho. Also das interessiert mich als Downloader auch nicht großartig. Hier steht auch, dass SimStem darauf geantwortet hat, auf den Angriff gegen sie. Und da sagen sie, dass diese Person einfach gelogen hätte. Props auf jeden Fall, dass man nicht mal vernünftig miteinander sprechen kann, sondern einfach sagt, du lügst. Hier steht auch nochmal, dass da teilweise sehr gefährliche Werbung geschaltet wird. Wie gesagt, allein deswegen, selbst wenn nichts wäre, wenn alles fein wäre, da wird nur Content gepostet von den Leuten selber. Selbst wenn es nur diese komische Werbung ist, die da wäre, das ist schon Grund genug, diese Seite komplett ruhen zu lassen. Also nichts mehr dort zu downloaden. Einfach aus Eigenschutz. Es ist nicht in Ordnung. Ich kann verstehen, dass man auch Geld verdienen möchte mit dem Custom-Content, den man erstellt. Deswegen haben ja mittlerweile sehr viele Leute Patreon oder ähnliches. Aber wenn man das Risiko eingeht und sagt, ich möchte Geld verdienen mit meinen Sachen, deswegen zeige ich euch sogar Werbung, die sehr gefährlich für euren Computer ist, der euren kompletten Computer zerschießen kann, dann ist das nicht in Ordnung. Unter keinen Umständen ist es in Ordnung, nur weil man selbst sagt, ich habe verdient, etwas Geld zu bekommen. Nie in Ordnung zu sagen, dass die Kunden quasi dafür so einen großen Preis zahlen könnten. Ebenso wird hier auch gar nicht darauf hingewiesen, dass etwas vielleicht einen Mesh required. Also du brauchst zuvor ein Mesh beispielsweise, wird hier gesagt, hey, ich habe von Werde berühmt Recolors gemacht, aber auf der Seite steht noch nicht mal, dass man Werde berühmt benötigt. Wenn du neu bist und du einfach nur dieses Teil siehst und dir denkst, oh, das sieht aber hübsch aus, das möchte ich downloaden und du weißt es nicht, dann ist das einfach ziemlich scheiße. Woher willst du denn dann wissen, dass es von Werde berühmt kommt und das nur Recolors sind? Wenn du das Pack nicht hast, dann denkst du dir einfach nur so, ich wurde einfach verarscht, weil nirgends steht, dass man dieses Pack benötigt. Und auch mit anderen Meshs, die man bräuchte, ist es dasselbe. Und das macht es nicht besser. Die Leute, die das dann gedownert haben, denken sich einfach nur, ich habe einfach kaputten Custom Content gedownertet. Warum? Warum? Und hier ist dann halt auch nochmal so aufgezeigt, hey, der Grund, den man angibt, ist, bitte mache meinen Content hier von dieser Seite, entferne ihn bitte. Und dann kannst du auswählen, ich bin ein Tumblr-Creator oder ich bin kein Tumblr-Creator. Und wenn du sagst, ich bin ein Tumblr-Creator, dann steht da einfach, ja, wir entfernen deine Sachen einfach mal nicht in irgendeinem, weil, ja, ne? Wir haben das gar nicht geuploadet. Nein. Da ist ja nichts illegal darin, wenn da steht, dass wir das von dir haben. Nein, nein. Wir verdienen nur Geld damit, dass wir dein Zeug hierhin posten mit irgendwelchen sehr gefährlichen Werbungen. Und generell verdienen wir einfach Geld mit deinem Content. Das ist doch nichts illegal, weil... Mensch, bei SimStim selber wird auch gesagt, hey, ihr habt nicht das Recht, unsere Sachen zu posten, aber wir posten eure Sachen ohne die Erlaubnis. Finde den Fehler. Ja, und generell, SimStim viel auch, wenn es darum geht, warum es eine VIP-Mitgliedschaft gibt, etc. Weil die sagen, oh, es muss ja keiner zahlen, aber du musst zahlen, damit du sehr viel weniger Zeit auf dieser Seite verbringst, weil, what the fuck, du musst jedes Mal irgendwie 30 Sekunden teilweise warten, um eine Sache zu downloaden? What the fuck? Und zweitens, angenommen, es gibt wirklich nur diese, nur, diese gefährlichen Werbungen. Dann sagst du dir ja irgendwann, oh, dann zahle ich lieber, damit ich schneller an die Sachen komme und eben halt geschützt bin. Aber die Kunden müssen ja nichts kaufen. Ich habe diese Seite extra so designt, damit ihr eigentlich nur den Kunden dazu drängt, dass diese VIP-Mitgliedschaft gekauft wird. Es ist nicht in Ordnung, so zu handeln. Und wenn man jetzt sagt, aber SimStim's Resource hat auch dasselbe. SimStim's Resource hat A, keine Werbung, die gefährlich ist. Und wenn, kann man sie darauf hinweisen und sie entfernen sie. Das ist in der Vergangenheit schon passiert. B, jedes Mal, wenn du ein Item bei SimStim's Resource downloadest, ohne VIP-Mitgliedschaft dauert das genau 10 Sekunden. Und sie versprechen auch nichts anderes. Also sie sagen dir, hey, okay, du musst dann warten. Ansonsten zahl halt das. Aber die VIP-Mitgliedschaft ist auch sehr viel günstiger bei SimStim's Resource. Deswegen finde ich, ist es einfach eine komplett andere Situation. Zwischendurch hatten sie auch einfach die Suchbox rausgenommen, damit Creator ihre eigenen Sachen nicht mehr suchen können, um zu schauen, ob ihre Sachen dort geuploadet wurden. Nein. Einfach nur Nein. Ein weiterer Post hat hier sehr kurz noch einmal zusammengefasst, was das Problem ist mit SimStim. Sie packen kostenlosen Custom-Content hinter eine Paywall. Sie veröffentlichen Links und Fotos von Custom-Content auf ihrer Seite ohne Erlaubnis oder überhaupt ohne nachzufragen. Sie scammen die Leute, indem sie eine VIP-Mitgliedschaft kaufen sollen, um zu skippen, etc., etc. Nachdem sie aber die Sachen selber hinter solchen bescheuerten Links gesetzt haben. Es juckt sie nicht, was für TAU-Leute haben. Und es ist denen auch egal, dass sie da Sachen von jemand anderen hochgeladen haben, weil sie werden sie nicht entfernen. Sie verhalten sich absolut scheiße gegenüber Leuten, die nichts getan haben, außer sie vielleicht nett darauf hinzuweisen, dass da irgendwas nicht so gelaufen ist, wie sie es gewünscht hätten. Sie haben tatsächlich wortwörtlich gesagt, dass es ihnen egal ist, dass es nicht deren Creations sind, sondern die von jemand anderen. Und außerdem sagen sie die ganze Zeit, dass die anderen Menschen ja alle was falsch machen und nicht sie selbst. Ich habe hier noch weitere Szenarien, wo Leute beschreiben, was ihre persönliche Erfahrung ist mit dem Uploaden ihrer eigenen Sachen, die von SimStim dann geklaut wurden. Ich hoffe, dass ich euch jetzt ein bisschen aufzeigen konnte, was das Problem ist. Ich möchte keinen in die Pfanne hauen, nur weil er diese Seite vielleicht mal promotet oder benutzt hat. Ich möchte euch nur einfach bitten, dass ihr die Seite so gut es geht meidet in Zukunft. Denn ich möchte nicht, dass sowas supported wird. Und ich möchte auch nicht, dass ihr euren PC in irgendeiner Form zerschießt. Denn ich weiß, dass die meisten SimSpieler sehr, sehr jung sind und nicht so viel Geld haben. Und naja, wenn dann halt so ein PC immer eben zerschossen wird. Es muss einfach nicht sein. Mich würde es freuen, wenn ihr dieses Video verbreiten würdet. Ich weiß, normalerweise mache ich sowas nie, dass ich sowas sage. In dem Fall finde ich es aber sehr wichtig, dass das eine große Reichweite bekommt. Denn es ist wirklich wichtig, dass SimStim, ja, gecancelt wird. Ja? Macht auch eure Leute, die ihr schaut, darauf aufmerksam, sollten sie in irgendeiner Form SimStim benutzen oder promoten. Und ich hoffe, dass wir es vielleicht irgendwann schaffen, dass SimStim vielleicht irgendwann zu einer Seite wird, die vielleicht normal ist. Also, die vielleicht einfach ganz normal mit SimStim was zum Beispiel konkurriert. Wisst ihr, wo einfach normale Werbung geschaltet wird und wo Sachen nicht geklaut werden und das nicht relativiert wird, sondern einfach, dass Creator da hingehen können und sagen können, ich möchte das da hochladen, damit Leute das downloaden können. Das wäre optimal. Ich hoffe, euch hat das Video in irgendeiner Form geholfen und auch gefallen. Und wie gesagt, teilt es bitte. Das ist das erste und wahrscheinlich auch gefühlt das einzige Mal, dass ich das sagen werde, dass ihr das bitte teilen sollt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ein bisschen freundlicher zu sich geht. Bis dahin und Tschüss!